Pari Vrita Midakipavasana, die drehende Midakipavasana-Stellung. Annika zeigt, wie es geht. Setze dich auf die Fersen, die Knie zusammen. Dann falte die Hände und gib die Hände neben den Rumpf. Dann gib die Hände auf den Boden und senke den Kopf auf den Boden. So bist du mit einer leichten Drehhaltung in einem Fersensitz. Dies ist Pari Vrita Midakipavasana, eine sanfte, leise, schöne Stellung.